Hallo und herzlich Willkommen zurück bei Broken Age. Wir spielen weiter zusammen das neue Adventure von Double Fine. Genau, Curtis, unser Holzfäller da hinten, wurde von einem Baum belästigt. Ähm, ja, ist es vielleicht der Baum? Na? Hier können wir nichts machen. Unser Inventar mal kurz noch checken, also wir haben diese hübschen Kunstwerklings hier. Was soll das sein? Ein kleiner Mann mit einem schlechten Haare? Okay. Ich glaube nicht, Curtis wird das nicht missen. Das Stück Scheibe war das, die Leiter mit den Wolkenschuhen, die Axt und unsere eigenen Wolkenschuhe haben wir da auch noch. Ja, ähm, schauen wir erstmal nach links. Da geht's, ja, da geht's weiter, da haben wir eine... Ein Horn. Oh, und eine Schlange. Oh, oh. Oh, weia. Ähm, wie kriegen wir die jetzt los? Da haben wir ein Schild. Okay, Blowhorn. Ich dachte, das Kursip ist da. Schauen wir mal, ob wir Curtis noch mit herbeirufen können, zur Hilfe. Und? Okay, zumindest die Schlange haut ab und ist, äh, begeistert von dem Horn, so wie's aussieht. Okay, fragt sich nur warum. Na? Hm, okay, das geht genau dasselbe. Ich brech mal ab und blase wieder das Horn. Rechte Sequenz habe ich jetzt auch abgekürzt. Okay, dann schauen wir erstmal in die andere Richtung weiter. Hier noch was, hier geht's weiter. In den nächsten Screen. Ja, kann man schon irgendwie nachvollziehen, ne? Okay, das sieht ja so ein bisschen aus wie Augen und Nase, ne? Können ihm ja... Können ihm ja einen Mund bauen, hm? I have a feeling I might regret this. Bäm. Mörder her! Axe-wailing-Psychopath! Right here! Shh, shh, shh. You'll wake up the other trees. She's got an axe! Run! She's a Mörderer! Okay, look. I'm getting rid of the axe, okay? Just stop screaming, please! Und weg damit. Ow, my trunk! I'm losing sap! Mörderer! Die Augen voll so, ähm, sieht sehr lustig aus auf der verschiedenen Höhe. Okay, hör auf zu schreien! Please don't scream anymore! You can't silence me! I'm gonna wake up this whole forest! Ähm, okay. I'm here on behalf of Curtis, the lumberjack. That homicidal psychopath? Yep, der... I once saw him hack an old lady to death. Wo's? Wow! Really? Yes, a 300-year-old spruce, mining her own branches, then he comes along. And the next time I see her, she's a... Oh, God, if I say it, I think I might be sick. Okay, was hat er getan? Say it! What did Curtis do to the old spruce? He... He butchered her! Turned her into a... A stool! Oh, God! I think I just threw up in my mouth a little bit. Okay. Why are you so upset? I just can't stand by in silence while you murderous humans mutilate my brethren! It makes me sick! Yeah, ähm, bist du magisch? Are you magic? Can you help me kill Magchatra? Is that all you humans think about killing? Oh, make me want to... Hmm. Tja. You got a little something in the corner of your mouth. Oh, that's just a little sap. I'm not ashamed. It's thick and natural and I'm full of it. Yeah, you are. Heh heh. Hey, can I have some of your sap? You're just like the rest of them. You want to bleed us dry, steal all our thick, luscious and incredibly useful fluids? You humans make me want to throw up. But I won't do it. Because I refuse to give you the pleasure of my sap. Okay. I've never seen a talking tree before. Well, I've seen plenty of axe-wielding murderous humans. So get lost. I'll let you get back to your screaming. Yeah. Please leave before I vomit, you foul rootless stump. Okay. Ähm. Scheinbar brauchen wir was von seinem Harz. Ich weiß zwar noch nicht warum, aber wenn sich die Gesprächsoption bietet, ist das ja meistens ganz gutes Indiz. Können wir sonst noch irgendwas machen, dass wir so alles bauen. Da geht's weiter. Und... Also, sind wir im nächsten Dorf angekommen vermutlich. Und hier ist geschäftiges Treiben. No, my right. Und das sind wahrscheinlich die weiteren Maidens. Das ist ein sehr interessanter Typ. Und die bauen da eine Sandburg. Das ist irgendwie alles aus Sand hier, ne? Oh, das bricht zusammen. Reden wir erstmal mit dem. Ja. Ähm. Tja. Ich muss mitmachen, warum auch immer. Oh. Ist er mich verklickt? Okay. Ich will mitmachen. Ich muss, um die Maidensfeest zu kommen. Kinder, an diesem Punkt haben wir nicht sogar einen Maidensfeest zu haben. Nicht, dass du den richtigen Szenen für ihn hast. Okay. Sagst du, ich schreie schlecht? Nein, im Himmel, keine Kinder. Du schreie wie ein Birthday-Kate und flüssige Klauen. Mit einem Hinten von frischen Pie. Nein, oh, und eine gefährliche Unternote von Szenen, ich glaube. Wie denn? Keine schlechte Nase. Aber das ist einfach so ein bisschen der Aroma, die den großen Fisch verhängt. Talk to your Grandmother. Ich bin sicher, dass sie eine Fragranz-Rezippe hat, die sie mit dir sharen wird. Okay. Ah, okay, das war wahrscheinlich die Samtburg, die sie da bauen wollten. Ja, ähm, kommt im Deutschen natürlich nicht so, äh, nicht so gut mit Phil und Kill. Geht deinem Schickenhut. What, what about it? Sehr schön. Okay. Sehr schön. Kann ich ihm bitte haben? Kann ich es bitte haben? Ich mag deine Manöse, aber ich mag meine Hattet mehr. Hm. Hey, über deine Bucket-Hatt. Was? Was über das? Hm. Es sieht gut an dir aus. Sehr fernsinnig. What? Fernsinnig? Aber ich bin ein Mann der Menschen. Ich werde nie die Selektion gewinnen, wenn ich aus wie Hottie und Reaktion komme. Hier, geh das von mir weg. Sehr schön. Wir haben einen Eimerhut. Danke, Kind. Ich füriere meinen Stylist morgen. Ja, ist vielleicht keine schlechte Idee. Ähm. Warum hast du die Offering Arena so nahe zu dem Ozean gebaut? Äh, weil das ist, wo die Sand ist. Ja, okay. Also, du rufst für den Mayor von Shellmaund? Meine Hoffnung und Träume. Es sind nur Sandkasteln, die zu nahe zu einem wunderschönen Meer gebaut wurden. Ich hatte Hoffnung, Kind, aber diese Konstruktion, die unter meinem Marschallschiff, hat sie alle weggeworfen. Okay, ähm. Wenn ist Malk Chathra supposed to get here? Any minute. So much to do. Tja. How about now? Is the construction coming along better? Ah, the sand is falling apart. And so am I. Better let you get back to the feast. Yes, yes. These Maiden aren't going to serve up themselves. Na ja. Okay, es scheint so, als müssten wir hier beim, beim Maidens Fies mitmachen. Aber da stehen noch gewisse Dinge im Weg. Let's cut this ribbon already. You tell them, non-maiden. The ribbon is there for your protection. The arena is still under construction. Okay, aber, ähm, das ist hier noch nicht fertig gebaut. Wir riechen zu gut. Und vielleicht sollten wir uns einen besseren Plan überlegen. So, was können wir da hier angeln? Hm, okay. Da. Oh, Driftwood. So smooth. What's empty? Oh, Driftwood. So smooth. So smooth. Gut, was ist das? Das. Das sieht ja super lecker aus. Bäh. So, was haben wir hier noch? Da waren wir. Reden wir mal mit den zwei Tanten hier. Is this your secret stink for attracting Mom Chotra? Uh, it's my grandmother's traditional cocktail of musk, pheromones, and animal sweat. And I'm not sharing it with anybody. Well, I don't need it anyway. Daddy says I exude it naturally. Whoa. Hi. You maidens getting ready for the Maidens Feast? Yeah. I want to be in the Maidens Feast. Of course you do, poor thing. But shell maidens are chosen only after a long period of qualifying events. Also, our dads are pretty powerful. Also, can I tell you something? Just as a friend. Oh my God. Yes. Just as a friend. You just don't smell right, girl. I'd want a friend to tell me that. Hey, can I have some of that perfume? That's not perfume. That's a proprietary luring compound known as Beast Hooker. It's irresistible to Moggs. Hey, can I have some of your Beast Hooker? That's better. But no, you can't. Sorry. It's her secret sauce. How about just one little squirt? Sorry. If I'm not gonna give any to my best friend, Drusilla, I'm certainly not gonna give any to you. Wo hat sie eigentlich ihre Arme? Oh my God, sehen die schrecklich aus. Nice Kostüme. Genau, das meinte ich. Also ihr habt die Haken von den Angelruten geklaut, hm? Isn't somebody gonna miss those hooks? Not as much as they're gonna miss us. You're gonna make me cry, girl. Hey, Maidens. I'm going to kill Mog Chathra. Ha! Not half as hard as I'm gonna kill it. I'm already killing it. In this outfit. Just standing here. Okay. You Maidens nervous? Yeah. Nervous that Marshall Dune isn't gonna get the offering arena ready before Mog Chathra gets here. I can't believe our dads donated so much to his campaign. Yeah. Don't you guys ever wonder if there's another way? To save the town, I mean. Um, this is how it's always been done. Yeah. They figured out how to do it a long time ago. So we wouldn't have to think about it. See you, Maidens, later. Ciao! Yeah, also wenn wir das immer schon so gemacht haben, dann ist das ja gut so. So, also hier ist irgendwie nicht viel zu machen mehr.